Wolfgang Dremler ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Der gelernte Betriebsschlosser spielte in seiner Jugend für TSV Wartenstedt, TSV Hallendorf und SV Union Salzgitter. Ehe er 1973 zu Eintracht Braunschweig in die Regionalliga Nord wechselte. Ab der Saison 1974-75 begann seine Zeit als Mittelfeldspieler in der Bundesliga, in der er nur für zwei Vereine spielte. Von 1974 bis 1979 für Eintracht Braunschweig und von 1979 bis 1986 für den FC Bayern München. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 30. August 1974 bei der 0 zu 2 Niederlage im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mit Einwechslung für Bernd Gersdorf in der 86. Minute. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er am 20. September 1975 bei der 1 zu 5 Niederlage im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 in der 27. Minute. Mit den Bayern wurde er viermal deutscher Meister und dreimal DFB-Pokalsieger. Am 31. Mai 1984 erzwang er im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Mönchengladbach mit seinem Tor in der 83. Minute die Verlängerung. Das Finale konnte der FC Bayern München nach dolloser Verlängerung erst mit 7 zu 6 im Elfmeterschießen für sich entscheiden. Dremler trug das Nationaltrikot erstmals am 2. September 1975 in Augsburg beim 2 zu 0 Sieg der B-Nationalmannschaft gegen die Auswahlmannschaft Österreichs, als er für Kaspar Memering eingewechselt wurde. Es folgten zwei weitere Einsätze in dieser Auswahlmannschaft. Am 7. Oktober 1980 in Kerkrade beim 2 zu 1 Sieg gegen die Auswahlmannschaft der Niederlande und am 28. April 1981 in Coimbra beim 2 zu 0 Sieg gegen die Auswahlmannschaft Portugals. Sein Länderspiel-Debüt für die A-Nationalmannschaft gab er am 7. Januar 1981 während der Mundialito in Montevideo bei der 1 zu 4 Niederlage gegen die Celeco mit Einwechslung für Manfred Kalz in der 35. Minute. Von 1981 bis 1984 absolvierte Dremler 27 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Wobei die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien und das Erreichen des zweiten Platzes für ihn den fußballerischen Höhepunkt bedeuteten. Sein letztes Länderspiel bestritt er am 29. Februar 1984 in Brüssel beim 1 zu 0 Sieg gegen die gastgebende Nationalmannschaft Belgiens. Nach der aktiven Zeit 1986 beendete er wegen einer Verletzung seine Karriere als Spieler und war danach als Trainer bei verschiedenen Vereinen tätig. Dremler arbeitete 17 Jahre als Chef-Scout und Abteilungsleiter Spiele-Spielerbeobachtung beim FC Bayern München, bevor er im August 2012 zum Leiter des Jugendleistungszentrums des Vereins wurde. Erfolge Deutscher Meister DFB-Pokalsieger Erfolge der